Der Engel hat gerade göttliche Nachrichten von oben gebracht. Jemand Besonderes möchte mit dir über eine außergewöhnliche Person sprechen, jemand, der bereit ist, absolut alles für dich zu tun. Diese erstaunliche Person wird in dein Leben treten und einen Wirbelwind von wunderbaren Dingen mit sich bringen. Es ist, als ob ein himmlisches Geschenk zu ihnen geschickt wird. In diesem Moment ist diese Person das pure Glück und hat den brennenden Wunsch, sie lächelnd zu sehen. Sie würde alles tun, um sicherzustellen, dass das Glück ihr ständiger Begleiter ist. Bevor wir fortfahren, möchte ich Ihnen den Auftrag geben, das Wort des Herrn zu verbreiten, also hinterlassen Sie Ihr Like und kommentieren Sie, I believe, denn Sie glauben, dass nur Gott die Macht hat, uns zu retten. Auf diese Weise helfen sie uns, mehr Menschen zu erreichen und sie in die Gegenwart Gottes zu bringen. Der Engel offenbart, dass diese Person dich am meisten bewundert und in dir ein helles Licht sieht, das die Welt um dich herum erhellt. In guten wie in schlechten Zeiten ist diese Person immer an deiner Seite gewesen und hat dich bedingungslos unterstützt. Die Engel möchten, dass du die Größe dieser Person erkennst und sie mit offenen Armen empfängst, wobei dein Herz vor Dankbarkeit und Liebe überfließt. Bereite dich darauf vor, diese außergewöhnliche Seele zu umarmen, die kommt, um Teil deiner Reise zu sein. Lasst euch von der Aufregung überwältigen, denn diese besondere Person wird euer Leben auf eine Weise verändern, die ihr euch nie vorstellen konntet. Die Engel unterstützen sie, damit sie diese göttliche Verbindung erleben und grenzenloses Glück genießen können. Es gibt jemanden, der geduldig auf den Moment gewartet hat, in dem du es endlich erkennst und ein Gespräch beginnst. Diese Person war wie ein wahrer Schutzenel, der im Verborgenen über sie wacht. Sie haben schon viele Gespräche geführt, und ihre fesselnde und charismatische Persönlichkeit hat diese besondere Person immer in ihren Bann gezogen. Sie haben diese besondere Person immer bezaubert. Tatsächlich hat sie dich vor so vielen Problemen bewahrt, ohne dass du es gemerkt hast. Sie war wie ein heimlicher Weihnachtsmann, der Gutes und Schutz auf deinem Weg verbreitete. Sie war da, im Schatten, verfolgte jeden ihrer Schritte und wachte über ihr Glück und ihr Wohlergehen. Und nun ist es an der Zeit, diese einzigartige Verbindung zu entdecken, die sie verbindet. Diese Person hat ein Herz voller Zuneigung und ein echtes Verlangen, sie zum Lächeln zu bringen. Sie kennt ihre Kämpfe und Herausforderungen und war in aller Stille an ihrer Seite, um ihnen zu helfen und sie zu unterstützen, wenn sie in Schwierigkeiten waren. Sie war immer da, wie eine unsichtbare Kraft, die sie vor den Gefahren der Welt schützt. Jetzt ist es an der Zeit, die Augen zu öffnen und zu erkennen, wie sehr dieser besondere Mensch sie geliebt und für sie gesorgt hat. Treten sie näher an sie heran, nehmen sie ihre Anwesenheit mit Dankbarkeit und Freude an. Sie ist bereits ein wertvoller Teil ihres Lebens geworden, und es ist an der Zeit, sie anzuerkennen und die Verbindung zu feiern, die sie miteinander teilen. Lassen sie sich von der Magie dieser Entdeckung einhüllen, spüren sie die Liebe und Hingabe, die sie für sie empfindet. Und denken sie immer daran, es ist immer ein besonderes Geschenk, wenn jemand so engagiert ist, ihr Leben glücklicher zu machen. Öffnen sie also ihr Herz und beginnen sie diese unglaubliche Reise mit diesem besonderen Menschen, der von Anfang an ihr Schutzengel war. Er wird über das Sichtbare hinausgehen, um dein Glück und deine Sicherheit zu gewährleisten. Ihre Liebe zu dir ist echt und zeigt sich durch ihre ständige Fürsorge und Sorge. Sie ist diejenige, die immer an ihrer Seite ist, bereit, sie in allen Lebenslagen zu unterstützen und sie zu ermutigen, ihr Bestes zu geben. Ganz gleich, wie schwierig die Situation auch werden mag, sie wird dich nie im Stich lassen. Sie ist der Anker, der auch in den Stürmen des Lebens standhaft bleibt. Jetzt ist ihre Gelegenheit, diese außergewöhnliche Person zu akzeptieren und anzuerkennen. Öffnen sie ihr Herz, um diese bedingungslose und dauerhafte Liebe zu empfangen. Erkennen sie die ständige Präsenz dieser Person in ihrem Leben, die stets um ihr Wohlbefinden bemüht ist. Schätzen sie die besondere Verbindung, die sie teilen, und nutzen sie die Gelegenheit, diese einzigartige Verbindung weiter zu stärken. Wenn sie diese Person mit offenen Armen empfangen, werden sie eine unerschütterliche Unterstützung und eine unerschöpfliche Quelle der Liebe finden. Lassen sie sich von der Großzügigkeit dieses Gefühls und der Hingabe, die es gezeigt hat, berühren. Gemeinsam können sie jede Herausforderung meistern und eine Zukunft voller Glück und Zweisamkeit aufbauen. Verlieren sie keine Zeit mehr, denn dieser Mensch ist hier und wartet auf sie. Ergreifen sie die Gelegenheit, eine Geschichte wahrer und gegenseitiger Liebe zu leben. Erkennen und schätzen sie diesen Menschen, der immer an ihrer Seite sein wird und ihr Leben noch erfüllter macht. Viele unglaubliche Veränderungen stehen bevor, wenn dieser Mensch in dein Leben tritt. Die Engel sind bereit, dich mit den Gaben Gottes zu segnen. Sie flüstern dir zu, dass Wohlstand und Fülle bald zu dir kommen werden. Dies ist der Beginn eines neuen und aufregenden Kapitels auf deinem Weg. Dein Schutzengel wird neues Leben in deinen Weg bringen und dich von all deinen Sorgen und deinem Stress befreien. Diese Person wird das strahlende Licht sein, das jeden Augenblick ihres Daseins erhält. Sieh nur dich an und sonst nichts. Mit ihr an deiner Seite wirst du auf jede Herausforderung vorbereitet sein, die sich dir stellt. Dein Schutzengel versichert dir, dass alle deine Sorgen verschwinden werden. Nie wieder wirst du dich schwierigen Situationen allein stellen müssen. Sie wird immer an deiner Seite sein und dich wie ein ständiger Schatten beschützen. Dein Leben wird eine neue und wunderbare Wendung nehmen. Da ihre Reise durch die Anwesenheit dieser besonderen Person noch bedeutungsvoller wird, wird sie sie bei der Entwicklung ihrer Karriere unterstützen und ihnen alle notwendigen Mittel und Anleitungen zur Verfügung stellen, um ihre Träume zu verwirklichen. Sie wird sie für das schätzen, was sie sind, und ihnen in jedem Moment Liebe und Respekt entgegenbringen. Sie werden nie wieder einsames Leid erfahren müssen, denn sie wird da sein und ihnen täglich Schutz bieten. Bereiten sie sich darauf vor, diese Person in ihrem Leben zu empfangen und lassen sie sich auf die unglaubliche Reise ein, die jetzt beginnt. Öffnen sie ihr Herz und lassen sie die Emotionen überfließen, denn diese Verbindung wird wirklich transformierend sein. Mit ihr an deiner Seite wirst du in der Lage sein, jedes Hindernis zu überwinden und ein Glück zu finden, das du nie für möglich gehalten hast. Erwache zu dieser neuen Realität, denn du bist im Begriff, die Liebe und den Schutz von jemandem zu erfahren, der dazu bestimmt ist, Teil deines Schicksals zu sein. Vertrauen sie auf die Magie dieser Begegnung, denn ihr Leben wird nie wieder dasselbe sein. Mit ihrer Anwesenheit wird die Einsamkeit, die du mit dir trägst, erfüllt werden. Sie wird all die Zuneigung, das Mitgefühl, die Liebe, den Frieden und den Respekt mit sich bringen, die du dir schon immer für dein Leben gewünscht hast. Spüren sie das Gefühl, wenn ihr Herz vor Freude überfließt, wenn sie die gleiche Liebe erhalten, die sie anderen immer geschenkt haben. Mit ihr an deiner Seite wird dein Leben Stabilität und Gleichgewicht finden. Ihr Engel ist bereit, für sie beide Türen zu öffnen, die Bindung zwischen ihnen zu stärken und ein noch tieferes Verständnis zu schaffen. Gemeinsam werden sie ein finanziell stabiles Leben und volle körperliche Gesundheit erreichen. Ihr Engel wünscht sich, dass sie ihre Arme öffnen und all diese Wunder, die sich in ihrem Leben ereignen werden, willkommen heißen. Machen sie sich bereit für die beste Phase ihrer Reise an der Seite der außergewöhnlichsten Person, die sie je getroffen haben. Spüren sie den Fluss der positiven Energie und sagen sie, Amen, zu all den Segnungen, die auf dem Weg sind. Lassen sie sich von dieser kommenden Welle der Liebe und des Glücks einhüllen. Bereiten sie sich darauf vor, sich dieser neuen Phase hinzugeben, die voller unvergesslicher Momente und verwandelnder Erfahrungen ist. Öffnen sie ihr Herz und nehmen sie all die wunderbaren Dinge, die für sie bestimmt sind, mit Dankbarkeit an. Sie werden bald sehen, dass das Beste noch vor ihnen liegt. Vergessen sie nie, dass Gott einen wunderbaren Plan für jeden von uns hat, und selbst wenn wir schwierige Zeiten durchmachen, ist er an unserer Seite. Ich möchte mit ihnen eine schöne Botschaft aus der Bibel teilen, die in Jeremia 29,11 steht, denn ich weiß, was ich mit euch vorhabe, sprich daher, Pläne des Wohlergehens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Diese Worte sind eine kraftvolle Erinnerung daran, dass Gott immer das Beste für uns bereithält. Auch wenn wir vor Herausforderungen und Ungewissheiten stehen, können wir sicher sein, dass er gedankenvoller Frieden und Liebe für uns hat. Sein Wunsch ist es, uns eine helle und hoffnungsvolle Zukunft zu schenken. Wenn wir auf Schwierigkeiten und Hindernisse stoßen, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Gott uns bei jedem Schritt auf dem Weg begleitet. Er arbeitet hinter den Kulissen und wegt ein schönes Ziel in unser Leben. Selbst wenn wir uns verloren oder entmutigt fühlen, können wir darauf vertrauen, dass Gott bei uns ist, uns unterstützt und uns in eine Zukunft voller Segen führt. Diese Verheißung erfüllt uns mit Begeisterung und zeigt uns, dass wir auf dieser Reise nicht allein sind. Wir haben einen liebenden Gott, der uns zutiefst kennt und das Beste für uns will. Egal, vor welchen Herausforderungen Sie gerade stehen, halten Sie sich an diese Verheißung von Gott. Er hat einen perfekten Plan für Ihr Leben, voll von Frieden, Liebe und einer Zukunft voller Hoffnung. Öffnen Sie Ihr Herz für die göttliche Führung und vertrauen Sie darauf, dass das Beste noch vor Ihnen liegt. Vergessen Sie nie, Sie sind nicht allein, Gott ist an Ihrer Seite. Er leitet Ihre Schritte und bereitet eine strahlende Zukunft vor. Haben Sie Vertrauen. Vertrauen Sie auf Gottes Liebe und seine Pläne. Er ist in Ihrem Leben am Werk und erstaunliche Dinge sind auf dem Weg. Ich möchte direkt zu Ihnen auf der anderen Seite des Bildschirms sprechen. Bitte lassen Sie sich nicht überwältigen, verlieren Sie nicht die Hoffnung. Ich weiß, dass das Leben uns manchmal schwierige Momente beschert, Situationen, die unüberwindbar scheinen, aber ich möchte Sie an etwas ganz Besonderes erinnern. Gott ist unsere sichere Zuflucht, unsere unerschütterliche Festung, unsere Zuflucht in Zeiten der Not. Genau das finden wir in Psalm 46,1. Wenn alles um uns herum zusammenzubrechen scheint, wenn wir uns verloren und schwach fühlen, ist Gott da und bereit, uns zu helfen. Er ist unsere gegenwärtige Hilfe immer verfügbar, wenn wir sie am meisten brauchen. Es gibt keine Situation, die so dunkel ist, dass er sie nicht mit seiner liebevollen und tröstenden Gegenwart erhellen könnte. Ich bitte Sie also, sich nicht entmutigen zu lassen, nicht zuzulassen, dass Traurigkeit und Angst Ihnen den Glauben rauben. Halten Sie die Hoffnung am Leben, denn Gott ist an Ihrer Seite. Er kennt Ihre Schmerzen, Ihre Kämpfe, und er will Ihre Zuflucht sein, Ihre Stärke in den schwierigsten Momenten. In Momenten der Angst, wenn es scheint, dass alles gegen Dich ist, erinnere Dich daran, dass Gott größer ist als alle Widrigkeiten. Er ist der feste Fels, auf dem wir uns stützen können, die sichere Zuflucht, in der wir Trost finden. Wenn wir auf ihn vertrauen, werden wir gestärkt, um jede Herausforderung zu meistern, die das Leben uns stellt. Also, mein Freund, lass Dich nicht entmutigen. Was auch immer Deine Notlage ist, wisse, dass Gott bei Dir ist. Er ist Dein Beschützer, Dein Tröster, Dein bester Freund. Er möchte, dass Du ihm vertraust, dass Du Deine Sorgen und Ängste in seine liebenden Hände legst. Glauben Sie mir, selbst in den dunkelsten Momenten gibt es Hoffnung. Gott arbeitet im Stillen, kümmert sich um Sie und bereitet eine bessere Zukunft vor. Vertrauen Sie ihm, auch wenn Sie die Wege, die er wählt, nicht verstehen. Seine Gegenwart ist die Garantie dafür, dass Sie nie allein sein werden. Erheben Sie also Ihren Kopf, atmen Sie tief durch und halten Sie Ihren Glauben lebendig. Gott ist Deine Zuflucht, Deine Festung. Er ist an Deiner Seite und begleitet Dich auf Schritt und Tritt. Vertraue auf ihn, denn er ist in der Lage, Deine Ängste in Siege und Deine Tränen in Lächeln zu verwandeln. Mögen diese Worte einen besonderen Platz in Deinem Herzen finden und Deiner Seele Trost und Erneuerung bringen. Denken Sie daran, Gott ist Ihre Zuflucht und Stärke, Ihre gegenwärtige Hilfe in den schwierigsten Stunden. Vergessen Sie das nie! Bevor ich dieses Video schließe, möchte ich eine besondere Bitte an Sie richten, die Sie jedes Wort mit offenem Herzen verfolgen. Ich möchte Sie einladen, unseren Kanal zu abonnieren, damit wir gemeinsam weiterhin Botschaften des Glaubens und der Ermutigung austauschen können. Auf diese Weise können wir diese besondere Verbindung aufrechterhalten und unsere Gemeinschaft stärken. Außerdem möchte ich Sie bitten, dieses Video mit Ihren Lieben, Ihren Freunden und Ihrer Familie zu teilen. Denn wenn wir etwas so Wertvolles wie den Glauben gefunden haben, ist es unsere Pflicht, die Hand auszustrecken und diesen Segen mit den Menschen um uns herum zu teilen. Und nun noch eine letzte Bitte, schreiben Sie in die Kommentare den Satz, ich glaube an Gott. Diese einfache Geste wird eine kraftvolle Demonstration des Glaubens und der Einheit sein und unsere Herzen mit einem größeren Ziel verbinden. Bevor ich mich verabschiede, wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Leben voller Frieden. Möge die Gegenwart des Herrn immer mit Ihnen sein, Ihre Schritte leiten und Ihren Weg erhellen. Danke, dass Sie hier sind, dass Sie diesen Moment des Glaubens und der Hoffnung mit mir teilen. Wir werden uns bald mit weiteren inspirierenden Botschaften wiedersehen. Bis dahin möge Gott Sie reichlich segnen und Sie mögen den Frieden des Herrn haben. Wir werden uns bald mit Ihnen sehen, dass Sie hier sind, 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 dass Sie hier sind. Wir werden uns bald mit Ihnen sehen, dass Sie hier sind, dass Sie hier sind, dass Sie hier sind, dass Sie hier sind, dass Sie hier sind.